BVB Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Weiter heißt es jedoch, dass noch keine offiziellen Verhandlungen zwischen beiden Klubs stattgefunden haben. Ivic Origi zum BVB Liverpool-Stürmer war vergangene Saison an Wolfsburg verliehen. Origi selbst zieht offenbar einen Wechsel in diesen Sommer, einen Verbleib aufgrund des enormen Konkurrenzkampfs bei den Reds vor. In der vergangenen Saison war der Belgier bereits an den VfL Wolfsburg ausgeliehen. Dortmund ist in der vordersten Sturmspitze nur dünn besetzt. Nach dem Abgang des ausgeliehen Michi Bacchua im Sommer hat der Klub keinen vergleichbaren Ersatz verpflichtet. In der Vorbereitung spielte Maximilian Philipp unter dem neuen Trainer Lucia Favre zentral in der Spitze. Mehr zu David Origi und Borussia Dortmund Machos Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020